Von der Nichtigkeit Wie wenn ihr Mönche dieser Gangesstrom eine große Schaummasse mit sich führte, die sähe ein Mann mit scharfem Auge an, dächte darüber nach und prüfte sie gründlich. Und wenn er sie ansieht, nachdenkt und sie gründlich prüft, erscheint sie ihm leer und nichtig und ohne Kern. Denn was für einen Kern ihr Mönche hätte wohl eine Schaummasse! Ebenso ihr Mönche steht es mit aller Körperlichkeit, die es nur immer geben mag, vergangener, künftiger, gegenwärtiger, in uns oder außerhalb, stark oder zart, gering oder hoch, in fern oder näher. Die sieht der Mönch an, denkt über sie nach und prüft sie gründlich. Und wenn er sie ansieht, nachdenkt und sie gründlich prüft, erscheint sie ihm leer und nichtig und ohne Kern. Denn was für einen Kern ihr Mönche hätte wohl die Körperlichkeit! Wie wenn ihr Mönche in der Herbstzeit der Himmel regnet und mächtiges Spritzen sich erhebt und dann im Wasser eine Blase entsteht und wieder platzt. Die sähe ein Mann mit scharfem Auge an. Und wenn er sie ansieht, nachdenkt und sie gründlich prüft, erscheint sie ihm leer und nichtig und ohne Kern. Denn was für einen Kern ihr Mönche hätte wohl eine Wasserblase! Ebenso ihr Mönche steht es mit allen Empfindungen und Vorstellungen, die es nur immer geben mag. Ebenso mit allem Erkennen, mit Vergangenem, Künftigem, Gegenwärtigem, in uns und außerhalb, stark oder zart, gering oder hoch, in ferne oder nähe. Das sieht der Mönch an, denkt darüber nach und prüft es gründlich. Und wenn er es ansieht, nachdenkt und es gründlich prüft, erscheint es ihm leer und nichtig und ohne Kern. Denn was für einen Kern, ihr Mönche, hätte wohl das Erkennen!